Hallo Leute Herzi Arme Hallöte Hüttemberg zu nein 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 nicht zurück nicht zurück herzlich willkommen zu meinen ersten richtigen Projekt jetzt bis zwei Jahren übergeht es sich ja warum ich mich so langweilig gehen mehr oft und so an das liegt daran da ist ich sieben oder acht Parts und werden jedes siebte Part von Dezbiss da habe ich aufgenommen ich hab sieben Parts aufgenommen auf den Schwierigkeitsgrad Hardcore und die elendig kreppiert ohne zu speichern und ich hab den Bock verloren also dachte ich mir boah ich bist einfach gleicher Fanatiker ich meine ich bin wegen so einem dummen Kinko Kinko sag ich schon wie heißt dieser Trottenbrood ja gestorben obwohl ich den hier getroffen habe mit meinem Hauptpunkt wer ich meine das ist die größte Frechheit nein 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 ich reg mich gerade am ersten Part und am Anfang so ist sie nicht dumm ich weiß ich bin ein Fanatiker Munition und ist mir zu entspärlich und die Gegner werden wir das Leben zu Hölle machen Spiele macht mir auch gerade das Leben zu Hölle die Heiligkeit passt so Katzen ich bin mal still ich bin mal wieder Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh, Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied, ich melde mich später. Nein, nein, schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deine Trägen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch sechs Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac, Isaac, hörst du mich, ich melde mich so schnell. Isaac, Isaac! Die waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, sie wollten mir gerade von den Albträumen, die sie haben. Von ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich ihr Name? Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf EG-7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! 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 Können Sie mich hören? Zena! Ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Groß gemacht, Franco! Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo, wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammend großer Gefahr. Oh! 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 Und los geht's! Franko, was ist passiert? Franko, was ist passiert? Franko! Franko! What happened yet? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hier, die Pflege mal. Ja, ich weiß, dass ich das vorgehebe! ja aus wie ein so reise die Wahrheit die Kleinschaft und sie und das muss ich jetzt einfach machen Leute ich will das ich will jetzt mal auskosten neue Spielstaben Guck mal guck mal guck mal Leute ich kann speichern die ich kann speichern ist so schön ich konnte ich noch nicht das heißt man liegt ja ja das ist gelockt erledigt die am Herzen okay ich hab doch da wo du fährst bist kannst du aussuchen dass der App ist doch so du warst Direktor Tyteman Direktor Tyteman weil du bist Tyteman ich zeig nichts okay 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 was heißt Ogi was ist das Markerzeichen ist das scheiße ich glaub da hatte Durfall ich glaube ich bin nicht bereit ich schaffe dich noch eine Sitzung ich so dann gleich morgen früh erzählen sie mir jetzt was sie heute gesehen haben kommen sie Strauss ich will ihnen doch nur helfen es war schwarz tief schwarz und glühend rot mit Symbolen die mir etwas zuflüsterten und was haben die Symbole ihnen zugeflüstert kommen sie Strauss schwarz das war nur ein Spiegel nur ein ja aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt scheiße in meinem Kopf kein Platz mehr für nichts mehr und ich erinnere mich nicht wie sie aussieht wieso erinnere ich mich nicht wie sie aussieht die Symbole Strauss was haben die Symbole ihnen gesagt sie sagen es war nicht meine Schuld ich habe sie nicht getötet sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient so versetzen sie mit der Strauss wieder in Stars und erhöhen sie seine Dosis um 30 Milligramm morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung der 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 das die 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 das das ist ein Opferleut ich kann überhaupt nicht lernen als eine Frau sind getötet weil ein Trautel ist ha 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 kommen sie mal ich erinnere mich an sie ha 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 Zeitmann Zeitmann alle Hauptprobanden müssen eliminiert verliniert werden ha 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 einer mehr oder weniger hören sie mir zu man na und hören sie mir zu was macht das schon wir können beide hier rauskotten holen sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus niemand wird hier lebend rauskommen niemand tun sie es nicht es gibt keine Flucht vor dem was ich getan habe beruhigen sie sich man beruhigen sie sich ich ihre rick ist rot sie ist rot in dem Brandspinsel dein Erste Hilfe Paket und eine Taschenlampe holen sie die so so Leute nehmen sie sie muss mal eben was trinken Mineralienstoffe Mineralienstoffe ja ist gesund für Arscher wir werden alle brennen für das was sie ihnen angetan haben Tja, also ich hab so das Gefühl, dass ich den Kopf aufschneiden wollte, hat er auch getan, aber ein 1 vergessen, sein Kopf ist... So, viel Spaß. Jetzt kann es mal eine andere aussehen.